Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part, Let's Play The Last of Us 2. Ich bin das euer MC Muffix. Beim letzten Mal hatten wir einen sehr, sehr schönen Abschnitt. Wir sind hier, so wie es aussieht, in einer kleinen Erinnerungsszene von der guten Ellie, bevor alles furchtbar wurde. Und jetzt hier im Geburtstag hat der Joel sie hier ins Museum eingeladen. Zusammen schauen wir uns hier diesen schönen Ort an. Und ich denke mal, weil leider, leider wird dieser schöne Abschnitt auch irgendwann mal bald enden. So. Warum musst du immer auf mir rumhacken? Komm hier runter! Nein! Hey, wer hat heute Geburtstag? Hör endlich auf damit! Na dann spring doch mal rein! Wir müssen noch mehr erkunden! Geronimo! Toll! Da wisst man definitiv was, weil ich im Film und sie hätte, der das hat, aus den guten Simpsons. Wenn er ja schon die ganze Zeit Jurassic Park Anleihen macht. Sehr schön. Alles okay? Nächster Abschnitt. Hey, heb mich da rein! Also ich weiß nicht. Ich mach die Tür für dich auf. Komm, sei kein Spielverderber. Okay. Jo! Und hoch! Okay, schlechte Neuigkeiten. Irgendein Mist blockiert die Tür. Dann, sieh mal nach, ob ich anderswo rein kann. Ich geh aus dem Grund. Okay, sei vorsichtig! Und du auch! Hier gibt's die Nosaria! Du bist so stark, Ellie. Du kannst es einfach hier wegheben. Das ist doch kein Problem für dich. So, okay. Immer noch im Naturkunde-Museum. Sind wir beim Merchandise-Laden endlich eingekommen. Oh, schau dich an, wie das Licht da rein strahlt. Das sieht so geil aus. Muss die ganze Zeit Screenshots machen. Alles gut, ihr Kumpel. So, einige Büffel haben wir da. Was haben wir hier Schönes? Mäh! Mäh! Ein paar Ziegenböcke. Oh, was haben wir hier? I kill for the... Ah... Der braucht eine Umarmung. So schön, was ist doch leider nicht alles. Es ist dunkel hier. Kann der Abschnitt einfach schön enden. Die vier Soldaten am Tor. Der Letzte hat geweint. Aha. Scheiße. Komm raus, Arschloch. Ja, komm raus, Arschloch. Oh, oh. Wieso kann der Abschnitt dann einfach schön bleiben? So, was steht da noch? Die Leute im Van. Wir haben sie eingeschlossen und mit Benzin übergossen. Alter. Was ist denn das für ein Typ? Die Frau, die wir gefoltert haben, sie ist an ihrem eigenen Bruder ste... Ey. Joel. Wo bist du? Kann doch nicht mal Molly herstellen. Es gibt kein Licht. So, wir wollten das Leid beenden. Wir wollten die Menschheit retten. Jedes Mal, wenn wir einen Teil von uns geopfert haben, sagt unser Anführer, das ist es wert. Jetzt haben wir uns aufgelöst und nichts kann unsere Sünden mehr entschuldigen. Ich dachte, hierher zu kommen würde wieder irgendwas in mir entfachen. Einen Sinn. Meine Eltern, die sind so gern mit mir hier... Ja. Meine Eltern sind so gern mit mir hier gewesen. Es ist eine meiner frühesten Erinnerungen von dem Ausbruch, vor dem Ausbruch, vor den ganzen Grausamkeiten der Brutalität. Diese Erinnerungen haben mich nur noch wütender gemacht. Ich will in dieser Welt nicht mehr leben. Ich kann die Person nicht mehr ertragen, zu der ich gewonnen bin. So krass, wie die Ellie auch so laut atmet, man. Ich meine, das ist ja logisch. Ich wäre hier jetzt auch nicht gerade ruhig in dieser Situation. Dämliche Fake-Wiecher. Dämliche Fake-Wiecher. Shit! Ich bin hier! Was war das denn? Nur irgendein Tier. Gut, wir sollten weiter. Ich will ein Feuer machen, bevor es zu dunkel wird. Na komm. Na komm. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was ist mit ihr? Bis jetzt nichts. Einheit Romeo, komm zu Standort 2. Wiederhole, bitte zu Standort 2 kommen. Bestätigen. Also, die Zahlen stehen für Orte. Dieser TV-Sender hier, das ist die 6. Aus der 2 kommt eine Menge Lärm. Also ist das wohl ihr Hauptquartier. Das hilft. Das hilft. Männliche Eindringling? Männliche Eindringling? Männliche Eindringling? Wo ist die 14? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, dann rate. Also, wenn das die 7 ist, und hier drüben die 12, dann müsste es irgendwo hier sein. Hellcrest. Okay. 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 Dina? Ich übernehme das. Du überwachst sie, okay? Ja, okay. Warte. Gib her. Als Glücksbringer. Ich glaube nicht an Glück. Ich schon. Okay, Herr Crest. Bin ich hier richtig? Definitiv richtig. Da, wo wir all geballert werden, da sind wir immer richtig. Und wieso? Jetzt geht's. Okay. Dann. Wandern wir mal durch die Gegend. Leider nun auf uns alleine gestellt. Aber es ist vermutlich auch das Beste in der jetzigen Situation. So. So. Jetzt nur noch alleine looten, liebe Leute. Ohne Plätze. Ohne unser guter Deiner. Irgendwie mag ich das jetzt nicht mehr. Wieso habe ich das eigentlich voll? Ich habe nichts voll, Mann. Soll ich meine Waffe reparieren? Der hat ja noch zwei Balken. Ach. Kann ich das nicht machen? Schade. Na gut. Dann halt nieder. Dann wandern wir halt hier ein bisschen durch. So. Das ist natürlich doof. Wenn wir irgendwie so walkie talkie sind, dann wird das natürlich richtig sinnvoll. Aber im Endeffekt lassen wir sie jetzt auch mehr oder weniger halbwegs schutzlos alleine. Und ich hoffe mal, das ist nicht das letzte Mal, dass wir da eine gesehen haben. So. Die kennen wir schon. General Washington Liberation Front. Die Flyer. Die haben wir schon mal in einem Unterschlupf gesehen. Darauf. Immer drauf. Hat er nicht immer ein Kleinglick gelassen oder sowas schönes in den Waschmaschinen? Nein? Okay, dann nicht. Aber, wenn wir Glück haben, vielleicht finden wir in den Werten Tommy. So. WLF-Regeln müssen wir folgen. Allen Anweisungen, eine von WLF Folge zu leisten. Federer Kollaborateure werden exekutiert. Für das Verlassen der zugewiesene Zone ist eine Genehmigung erforderlich. Die Sperrstandard bleibt bis auf Weiteres in Kraft. Tja, wenn ich die Wahl habe zwischen einigen sehr strengen Riegeln oder wahnsinnigen Mördern, glaube ich, ist die Entscheidung nicht ganz so schwer. Die goldene Frage, was wir immer noch nicht wissen ist, wieso sie eigentlich... Boah, blödes Mäuslein. Wieso sie Joel getötet haben. Das ist natürlich die Frage, die wir uns immer noch stellen müssen und auf die wir immer noch keine Antwort haben. War es wegen das, was er hier getan hat? Also hier erfindet, hat das ein Gegenmittel hergestellt wurde? Oder gibt es einen anderen Grund? Noch haben wir immer noch keine Ahnung. Also ein bisschen mehr Loot könnte man schon mal raushauen, gell? Liebes Spiel. Nicht mal mehr Nahkampfwaffen droppt das Spiel. Ich meine, die haben ja schon ewig lang, die Waffe hier. Da waren wir, gell? Ja, da waren wir. Na gut. Hat es jetzt mal richtig nicht gelohnt, hier rumzulaufen. 48. Ja, wie gesagt, wir werden uns definitiv als nächstes hier... Das denke ich mal holen. Und danach werden wir hier... Ah ja, das ist jetzt eine gute Frage. Das ist natürlich cool. Das, dass unsere Kills schneller gehen. Weil, also in der Zeit, wo die einen hier getötet hat, haben wir uns ja schon fünf Infizierte angeknabbert. Na gut, jetzt wird's schön. Kommen wir hier die Tür mal aufmachen? Danke. Zum Glück müssen wir uns nicht gegen Ratten durchschlagen. Das wäre das Letzte, was mir noch gefehlt hätte. Warte mal kurz. Stecken wir das kurz mal weg, weil... Genau, das dachte ich mir nämlich noch. Hier liegt nämlich noch ein bisschen Loot, Loot, Loot. Und wenn wir eins gebrauchen können, dann ist es Loot, Loot, Loot. Alles gut zum Geburtstag, Popper. Du bist der beste Clicker-Killer in der ganzen Kurzzeit. Schön. Auch leider verstorben wahrscheinlich. Boas Legas of Sun Yale, Bogenschutz, erster Platz. Streichen, streichen meinen Namen durch, das ist jetzt unsere... So, da hat mir noch was gelegen. Kann ich alles wieder mitnehmen. Na gut, also... Ja, eigentlich ist das meine wichtigste Waffe. Aber da haben wir ja eh schon alles. Feuerrate. Ja. Mechaniker, das ist immer. Bitte Kleber und dann geht das schon. Nein! Zschuldigung, Eili. Zschuldigung. Warte mal kurz. Also die Einmeldung sind so nice, Mann. Wenn ich das nur mal wieder sagen darf. Da liegen ja noch mehr Teile, die ich natürlich fast schon wieder um einen übersehen hätte. Das wäre ein geiles Upgrade. Magazinkapazität. Ich habe sie zwar noch nie abgefeuert, aber sie wird schon gut sein. Also das 6-4-10-0-10 natürlich gar nicht. Das hier 25% mehr Schaden ist natürlich cool. Aber eigentlich ist hier das Wichtigste die Nachladergeschwindigkeit. Weil das Ding brauchst du eine halbe Stunde, bis du mal nachgeladen hast. Also für einen offensiven Kampf gegen mehrere Infizierte ist das Ding natürlich nichts. Aber wenn ich mal wieder Workbench starte, dann starten wir auch schon sehr lange keiner mehr. Okay. Dann haben wir uns jetzt hier halbwegs gut rumgeschaut. Wahrscheinlich wieder alles Wichtige übersehen. Und dann warten wir mal weiter, oder? Zack. Tommy. Der gute Tommy, der hier ist ein... Feldzug hier alleine gegen die WLF hier durchführt. Kommt man da nicht irgendwie rein? Nö. Natürlich kommen wir rein, liebe Leute. So. Und das Schlimmste, ich kann ja gar nichts mehr herstellen. Das habe ich voll, das habe ich voll, das habe ich voll. Ich kann mir auf jeden Fall meine Waffe einen Schalldämpfer draufpappen. Ist aber auch nicht so sinnführend. Das will ich haben. Ach, Pillen, das ist cool. So, da waren wieder die Waffenteile. Müsste ich gleich nochmal zurücklaufen, oder? So, Borgs. Wo sind hier? Wir haben neu reingeraten. Die Wulst sollten alles besser machen. Das Militär hat alle Vorräte gehortet. Hat bestimmt, was wir sagen dürfen. Hat bestimmt, was wir sagen dürfen und was wir tun sollen. Und bisher machen die Wulst genau dasselbe. Und jetzt sollen wir auch noch alle in den Stadion ziehen. Was? Ich bin in dieser Stadt aufgewachsen. Ich habe hier den Ausbruch überlebt. Ich ziehe nicht in ein Flüchtlingslager, in irgendein Arsch, das sagt, wann ich mir den Hintern abwischen darf. Das hier ist mein Zuhause. Wir brauchen einen Plan. Wir dürfen nicht damit abfinden. Uli. Gut, Uli ist tot. Uli ist ganz sicher tot. Also, jetzt kommt langsam ein Gebiet, wo wir aufpassen müssen. Ich bin ja echt positiv überrascht, wie wenig Clicker es hier eigentlich noch gibt. Also generell Infizierte. Ich meine, für irgendwas waren die Hainis gut. Gib mir nicht. Dabei habe ich nicht mal, bei meinem Bruder habe ich nicht mal die Munition voll. Und trotzdem kriege ich nichts. So, Boris. Er hat dich von mir, falls ich nicht wiederkomme. Er hat dich und Sophia sehr geliebt. Auch tot. Sind alle tot. Irgendwie sind tot oder wir machen sie gleich tot, weil sie Infizierte sind. Da kann man nicht so viel dabei sein. Ich habe Angst, dass ich da hinten geballert höre. Aber meistens sind es nur die Grillen, die einfach so laut zirpen, dass sie sich da anhört, wie ein Schuss. Okay, meine Vorsicht, lohnt sie nicht. Wie heißt das, ist die Waffe rausgeholt? War ich das? Eigentlich nicht. Und das Schlimme ist, irgendwann kommt der Tag, an dem ich mal in ein Gebäude reinlaufe. Und natürlich das nicht mache. Und dann killen mich die Infizierten einfach. Ich weiß ja, wie das läuft. Alter. Drecksaukulisse. Drecksaukulisse, Mann. Stirb. Schön, wie du dich da dagegen haust. Stabiles Glas. Da könntest du eigentlich locker durchklettern. Hm. Wie kommen wir da rein? Da gibt es sicher irgendwas für ein Secret. Äh, da nicht, da nicht, da nicht, da nicht, da oben. Mausy, 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 Mausy. Da hast du 1000% dein Infizierter. Nö, okay. Also, so viele Ressourcen. Und nix, was ich benutzen kann. Aber immer mal Revolver, ähm, nicht Revolver, würde ich sagen. Für das Gewehr ein bisschen Muni. Das lohnt sich zwar auch nicht, weil ich hätte, glaube ich, nur... Obwohl, ich glaube, ich habe da meine ganze Muni verballert, oder? Zumindest ein Magazin. So. Da sind wir nicht was. Äh, okay. Dann da run. Muss man da lang, oder? Schaut. Das sah fast so aus, als könnte man da lang. Dann suchen wir es noch einen Weg. Aber nicht mit diesem Part hier. Denn beim nächsten Mal, denke ich mal, wird leider gezwungenermaßen wieder ein bisschen mehr Action kommen. Ich fand das Ganze spannend. Ich hätte das Spiel eigentlich gerne auch ohne so ein bisschen zu alles. Würde es mir auch gut Spaß machen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal von Let's Play The Last of Us 2. Haut rein. Bis und dahin. Ciao.